Herzlich willkommen auf der Drupa 2024, dem globalen Hotspot der Druckindustrie. Hier in Düsseldorf präsentieren wir unser umfassendes Systemangebot an Automatisierungstechnik für den kompletten Druckprozess. Ob Industrie-PCs als Herzstück PC-basierter Steuerungstechnik, EtherCAT als offenes Feldbussystem oder hochdynamische Antriebstechnik in Kombination mit Bildverarbeitungssystemen, auf unserem Stand finden Sie den richtigen Experten für Ihre Themen. Regelmäßig setzen wir mit unseren Innovationen neue Maßstäbe. Beispielsweise mit unseren intelligenten Transportsystemen XTS und X-Planar oder auch mit unseren revolutionären E-Mix-Systemen. Reale Applikationen mit Back-of-Automation besuchen wir doch einfach gemeinsam unsere Kunden. Hallo Herr Gammer. Hallo. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Interview genommen haben. Gerne. Sagen Sie uns doch mal kurz, was macht eigentlich die Firma Heiber & Schröder? Die Firma Heiber & Schröder baut und entwickelt Fenstereinklebemaschinen, Kartonaufrichtemaschinen und Sondermaschinen für die papierverarbeitende Industrie. Jetzt stehen wir vor einer Maschine, in der das MX-System zum Einsatz kommt. Welchen Nutzen und welche Vorteile bringt Ihnen das System? Also der Hauptnutzen besteht für uns im verringerten Formfaktor, den die Systeme benötigen in der vereinfachten Installation und in der verbesserten Diagnosefähigkeit. Vielen Dank. Wir befinden uns nun auf dem Stand des Unternehmens BST, einem Komplettanbieter von Qualitätssicherungssystemen. Herr Barthelme, was bedeutet das eigentlich? Komplettanbieter bedeutet Systemlieferant zu sein, Lösungen in unseren Kunden zu liefern und damit einzelne Komponenten unseres Produktportfolios miteinander zu vernetzen und dadurch die Produktivität unserer Kunden zu steigern, was sich dann am Ende in der Geschäftsbilanz in Positiven auswirken wird. Wie verbindet Beckhoff und BST eine langjährige Partnerschaft? Ist gar nicht mal so schlecht mit uns, oder? Naja, nein, Spaß beiseite. Die geografische Nähe, die gute Zusammenarbeit, fast 20 Jahre Innovation gemeinsam in verschiedensten Projekten mit erfolgreichem Ausgang verbinden uns eng miteinander und wir finden Beckhoff in vieler unserer Produkte wieder. Und was zeigen Sie auf der Drupa? Auf der Drupa zeigen wir in erster Linie die digitale Vernetzung unserer Systeme, die Orientierung an unsere Kunden und wie unsere Produkte dazu beitragen, die Nachhaltigkeit eines Unternehmens zu steigern. Vielen lieben Dank für das Interview. Ich danke Ihnen. Ich übergebe an meinen Kollegen André. Thank you, Gabriel. Danke, Gabriel. Wir sind hier vor der HP Indigo V12 auf der Drupa 2024. Ich stehe hier zusammen mit Rui vom HP Indigo. Hallo, Rui. Hi, guten Morgen. Rui, HP sagt, dass die V12 ein wirklicher Gamechanger in der digitalen Druckindustrie ist. Kannst du uns ein bisschen erklären, warum das der Fall ist? Die HP Indigo V12 ist eine Druckmaschine mit der Indigo-Technologie, der höchsten Druckqualität und der Vierseitigkeit aller Indigo-Druckmaschinen. Und mit 120 Metern pro Minute kann sie die Produktivität von zwei oder drei Flexo-Druckmaschinen erreichen. Kannst du uns erklären, wie Becker auf euch HP Indigo hilft, diese Spitzenposition in dem Markt zu erhalten und zu erreichen? Die Zusammenarbeit, die wir haben, gibt uns die Möglichkeit, schneller zu arbeiten, schneller zu entwickeln, das ganze Bild zu sehen und zu sehen, wie wir jeden einzelnen Motor steuern können. Dadurch können wir Fehler schneller beheben, Probleme schneller lösen und insgesamt viel schneller entwickeln als jemals zuvor. Wir entwickeln viel schneller, als jemals zuvor. Okay, das klingt wirklich, wirklich toll. Vielen Dank für das kurze Interview. Vielen Dank für das kurze Interview und wir sehen uns spätestens in vier Jahren auf den nächsten Trupa. In etwa vier Jahren. Jetzt haben Sie einen kleinen Einblick bekommen. Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.